Willkommen zur letzten Folge in dieser Session Verdammt, ich wollte mal ins Auto gucken, ob da vielleicht eine Figur liegt Ich hab immer noch nicht geguckt, wofür diese Markus-Figur war Und wie selten die eigentlich sind Oh, okay, das ist gut geglaubt Oh, diese doofen Arena-Kämpfer Oh, 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 oh Alter, willst du mich verarschen? Wo sind meine anderen? Ich glaub, die anderen waren Soforthilfe-Dinger, oder? Das war ja knapp Ich nehm's mal mit, um zu verkaufen Will ich das hier wirklich anklicken? Ich bin mir nicht sicher Wenn irgendwo ein bisschen Heilung rumliegen würde, das wär praktisch Ich bin nicht sicher Du solltest die Mine jetzt betreten können. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge und wir sind der Kammer einen Schritt näher gekommen. Ich glaube an dich. Wenigstens einer. Nach diesem Bosskampf glaube ich erstmal nichts mehr. Achso, ich gehe wieder rum. Also so ein paar Medi-Kits würden wir uns auf jeden Fall erstmal noch einpacken, würde ich? Sag mal, wo renne ich denn? Doch, ich bin richtig. Theoretisch sollte ich jetzt... ...da durchkommen, oder? Ja, die Tür ist offen. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Oh nein. Doch nichts über einen schwierigen Gegner. Ups. So, hier war ja glaube ich nichts weiter. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Oh, erlägt mich. Okay. 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 Okay, das war interessant auf jeden Fall. Ich hätte gerne das Schnellreise-System irgendwie, ehrlich gesagt. Komm ich hier unten lang? Natürlich nicht. Bringt die Kohle? 100. Es gibt keine Tränenzeugner! Ach stimmt, ich muss ja dann denken, dass ich nicht hier wieder ewig tief springen kann. Das gibt ja Aua! Yes! Okay, dann ist klar, wir geben den Punkt natürlich wieder hier hin. Oh, das ist natürlich... Hier hatten wir das schon mit der Gesundheit, aber kritischer Schaden ist natürlich wichtig. Geh! Ich will doch bloß nach Hause! Ich will doch bloß nach Hause! Sehr, sehr gut! Das ist schon mal. Ja, wirklich, da sind wir gut. Kuss! Na? Oh, dann sind sie drückend hin und her, hüpfe. Hier, wir stehen jetzt. Ups, das wollte ich nicht. Wir werden so ein bisschen überheblich. Hier gibt's ein Läckerchen. Wer denn jetzt wieder her? So, ich will jetzt wenigstens noch die beiden Quests einlösen. Hey, hör auf, Schusser. Ich nehme mal an, die können wir eben noch nicht einlösen, oder? Da sind wir dahin. Okay, äh... Na, Firestone! Wir sind zu langsam. Der Trommieballer nervt nach einer geile Ophi. So... Vergiss nicht, den Mord des Lagen reinzuschauen! Die Gerüchte sind wahr, ausgezeichnet. Mit dieser Bezahlung erklärst du dich einverstanden, dass mir die Ehre für das Töten dieser Mordze gebührt. Die Frauen in Sanctuary werden beindruckt sein. Oh, das gibt die auch schon nur hier die Stadt. Das ist ja cool. Vorher habe ich jetzt gesagt, Brand-Artefakt. Cool. Haben wir das jetzt automatisch ausgerüstet? Äh... Ich dachte, dafür wäre das notiert. Okay, dann muss ich mich da auch mal belesen. Du hast ihn in einem Tal-Artefakt gefunden. Äh... Okay, cool. Wenn das von da ist... Gefällt mir das natürlich sehr. So, da verkaufen wir noch kurz. Und dann können wir die Waffe eigentlich noch ausforschen, oder? Okay. Zielgenauigkeit ist besser. Na gut, dann war's das für diese Sessione. Und in der nächsten Folge machen wir mal wieder mit einer Knitten-Quest. Wo war der... Äh... Spitze. Mit dem Gemisch. Bis dann. Bis dann.